Die neue Season des Blutes hat angefangen und hier ist alles, was ihr über die vampirischen Mächte wissen müsst. Ihr macht die kleine Questreihe in Cat Badoo, danach schaltet ihr euch in eurem Inventar vampirische Mächte frei. Wie funktionieren diese? Die ausgewählte Macht ist nur dann aktiv, wenn ihr genug von den richtigen Symbolen, oder wie es heißt, Pakten, auf euren Rüstungen habt. Hier seht ihr alle Symbole. Maximal kann eine Leitung nur 5 Pakte tragen. Ob nun alle Schädel oder alles durchmischt, maximal 5. Insgesamt also 25 Stück kann man haben. Bluternte ist das neue Ereignis von der Season. Sie ist so ähnlich wie Höllenflut und ist dafür da, um Blutköder zu farmen. Mit 25 Stück von denen kann man nämlich immer wieder eine von 3 Mächten freischalten und wenn du sie bereits besitzt, verbessern. Mit diesen Schlüsseln könnt ihr Truhen öffnen, um läutende Säure oder Pakte als Item zu bekommen. Mit der Säure könnt ihr alle Pakte entfernen und mit den einzelnen verschiedenen Pakten wieder welche drauf machen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr mich sehen wollt, wie ich die neue Season starte, schaut auf meinen Twitch vorbei.